Der FC St. Pauli veranstaltet zum Stadtderby gegen den HSV am 30. September ein Public Viewing. Im Millern-Tor werden dann Leinwände vor der Gegengrade und der Südkurve stehen. Die Polizei hatte den Kiez-Club bei der Betrachtung der Sicherheitslage gebeten, ein Public Viewing zu veranstalten. Der Zutritt in HSV-Farben ist nicht gestattet.